hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 neutrality auf der grünfelder land ich bin auf dem weg zu meinen grüger der sagt ja auf 84 gerade kein plan dabei wo das ist entweder ist es das kleine hier da nicht ist dann ist vielleicht auf dem auf der anderen seite und dann ist auch gar nicht weit weil vom grüger aus in der bei dem feld ist wo ich denke die straße da oben ist es umfang der ist gerade noch am ernten hier ach der hat erst angefangen oder wie da sehe ich aber vorne auch die einfahrt von dem her müsste man auch sehen wann die anderen da ankommen also alles gar kein problem hat der gerade geblinkt muss der entladen werden ich nehme einfach den fan und war rüber schon ewig nicht mehr im feld gesessen glaube ich so ich 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 Naja, ich fahr schon, ich fahr schon. Ich muss nur den Tempomagen einstellen. Ist das schon leer? Ah, Hirse hat er getankt. Wird jetzt aber nicht wirklich fertig enden, oder? Hey! Ne, du hast den Auto sowieso, oder? Ich stehe da oben am Feldrand. Ne, spring auf. Äh, Moment. Ach Gott, ey. Das tut Sachen von mir, so sportlich bin ich nicht mehr eigentlich. Wieso bist du neuer Jung? Na, ich bin nur auf dem Papier. Alter. Wieso fühlst du dich so alt, oder? Alter. Älter als alt. Älter als alt. Älter als alt. Ist gar nicht so weit, ist eigentlich direkt da links unten. Wenn wir halt mal laufen können. Ja. Aber... Aber... Ist doch viel schöner, wenn ich den nochmal in Benzer zeige. ... 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